Die Ozeonschicht wird nichts außer Wüstenlandschaften zurückgelassen. Das Leben in diesen Badlands ist hart und gefährlich. Wir kämpfen um Wasser, Gebiete und Ressourcen und natürlich ums Überleben. Der Außenposten ist ein Umschlagplatz, der von vier rivalisierenden Banden umlagert wird. Einige von ihnen sind aggressive Schlägertypen, die durch Raubzüge Angst und Schrecken verbreiten. Andere sind friedliches Volk. Sie alle haben eins gemeinsam, die Angst vor düsteren Kreaturen, die sich durch die Radioaktivität entwickelt haben. Finde deinen Weg, um in den Badlands zu überleben. Führe eine der Banden an, erweitere eure Siedlung, entsende Expeditionen und Handelskarawanen und bekämpfe die Monster und die anderen Banden. Kannst du diesen Kampf um die Vorherrschaft in den Badlands für dich entscheiden? Finde es heraus und unterstütze Badlands ab sofort in der Spiele-Schmiede. Spiele-Schmiede 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 Vielen Dank.